Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute wieder bei den Taunusfightern in Edstein. Tanja ist dabei, ich bin natürlich auch dabei. Und wir sind schon nach dem Training, deswegen sind wir so geschwitzt. Und jetzt nach dem Intro könnt ihr sehen, was wir hier alles machen in Edstein. Auf einmal an w externen Seite geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war das Training bei der Taunusfighter in Middstein, Tanja hat sich angestrengt, die schwitzt wie die Sau. Du hast Schwitzengel gemacht auf dem Kopf. Das ist voll geil, das zeig ich mal hier. Das ist mein Schwitzengel. Voll geil, egal. Also das war das Training bei der Taunusfighter in Middstein. War super. Ich bin geschwitzt, Tanja hat geschwitzt, wir haben 8 Kilo abgenommen während des Trainings und nächstes Mal geht es weiter. Montag, Mittwoch und Freitags, Vormittags und Montag und Mittwoch, Nachmittags. Nur das Boxen, dann kommt noch Kickboxen, Muay Thai und der Scheiß. Judo und schlag mich tot. MMA, Grappling und ach komm. Guckt mal einfach auf www.taunusfighter-itstein.de Ich habe das erste Mal richtig rausgekriegt. Sehr gut, das war schon. Cheerio mit Sophie. Bye. You ready? Vielen Dank.